Musik Wenigstens kann man durch die Bäume durchbauen. Komm, verschwind da. Dankeschön. Okay. Eventuell, wenn ich mir das jetzt gerade so anschaue, wie hoch das ist. Wird es Sinn machen, wenn wir da schon so entlang gehen? Hier so. Anstatt jetzt hier da schon in die Tiefe jetzt gehen. Ja, ich glaube wir fahren doch da lang. Wisst ihr was das jetzt wieder bedeutet, wenn ich das jetzt hier abreiß? Müssen wir mal schauen. Machen wir jetzt ungefähr eine Markierung. Ähm, ich würde sagen, ob hier so. Lass mal da rüber fahren. Ah, Mann! Mal wieder hinten direkt löscht hier. Ich habe auf dem Hügel eine Ausweichstelle mit Wasserturm. Das ist eigentlich nur eine gute Idee. Aber das mache ich erst. Also solche Scherze mache ich erst zum Schluss. So, erstmal runterkommen hier. Komm ich auf der Seite jetzt hier irgendwo nach oben. Ähm, bitte, danke. Äh, da vielleicht? Bäh! Ja, funktioniert. Okidoki. Ähm, einarbeiten. Steinmauer. Ähm, wir gehen zwei nach unten. Ähm, dann hätte ich gerne Kurve. Oh, mal 25. Wann lockt drin? So, jetzt. Ähm, das ist zu früh. Gehen wir wieder Grari. Na komm, dann bin ich jetzt hier wieder rauf. Ähm, doch das ist zu früh. Ich glaube, wir hätten hier so runter müssen, da so lang. Ähm, das heißt, das ist wieder weg. Das ist wieder weg, habe ich gesagt. So. Ja, so. Nein, ganz so. So wie es eigentlich jetzt gerade steht. Sieht scheiße aus. Ungefähr so ab der Mitte. Ja. Und. Zwei nach unten. Gelockt ist jetzt wieder nicht, oder? Doch. Ah, aber die einzige Stelle, sowas für Strecken führen, geht überall an. Das ist zu steil oder zu kurvig. Ja, ja. So. Ja, nochmal bis hier hin. Ich würde sagen, jetzt Kurventeim. So. Das ist jetzt schon zu viel. Jetzt machen wir wieder Grat hier. Ein Stück. Jetzt gucken. Das Bausystem. Das war jetzt zu viel. Zu viel mit der Kurve. Komm, lass mich mal abreißen. hier. Dann gehen wir hier noch ein bisschen Grat. Halt. Das wollte ich jetzt auch nicht. Lass mich hier rauf. Ja, wenigstens. Es wird jetzt noch spannend, wenn es dann hier runter geht, ne? Mit dem wieder raufkommen. Ah, ich würde so gerne hier oben stehen, um zu bauen, eh. Okay. Nein, von mir. Ach, weiter geht nicht, oder wie? Nein, von mir. Ach, weiter geht nicht, oder wie? Ah, dann machen wir jetzt mal hier 22. 20. Krasse Sache. Hier, mal kurz noch vorregucken. Ah, hier waren wir wieder gerade, bitte. Ähm, was hier nicht geht. Mal kurz vorgucken. Wir gehen. Ein bisschen weiter rechts. Aber ansonsten schauen wir nicht so schlecht. Ah, wie krass. Also ich glaube, ich werde das dann auf alle Fälle noch schön bauen, aber jetzt habe ich wenigstens ungefähr einen Plan. Schöne Aussicht. Also wie auch, also wenn das dann funktioniert, weil ich dann auch diese scheiß Baum, geh weg, net Kurve hier schöner machen, also hier dann so ein bisschen gerade ziehen. Aber das ist dann einfacher. Da wäre eine Brücke toll. Ich glaube, ich werde dann noch gleich mal mit einer Brücke weitermachen oder sowas ab hier schon machen. Ich meine, wir müssen eh ungefähr, würde ich mal so da lang, da könnte man eine Stahlbrücke machen von, mal gucken, Baum, du nervst, geh weg. Ich muss gucken. Von, wo ist die Stelle jetzt? Da so, wenn ich jetzt hier so zurückgehe, könnte man eigentlich, so bis jetzt ist, gerade auch so rüber. Was meinst du? Hier ab hier abreißen und dann so gerade rüber zu diesem Vorsprung, da so hin und dann die Kurve nach da hinten rein. Ich glaube, das könnte man so machen, ab da so. Äh, machen wir das mal. Einmal abreißen. Okay. Der Stahlbrücke geht bitte gerade rüber. Okay. Ich will mich hier rauf, bitte, 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 bitte. Ah, come on. Nein. Nein. Ich will, komm, lass mich hier raus. Okay. Das muss ja, das muss so schaffen sein. Hui. Yes. Okay. Mal ein bisschen gucken. Ja, Stahlbrücke. Brücke, Stahl. Aber bitte mit. Zwei runter. Ach so, jetzt kann ich dich halt wieder, mhm. Jetzt hier so halbwegs gerade. Auf. Äh, habe ich den Lock drin? Jetzt habe ich ihn drin. Ah, komm. Krasse Sache. Komm, pass jetzt. So. Geil. Nice. Mir gefällt. Nice. Wir fahren jetzt da gerade mal weiter. Okay. Wir müssen jetzt hier weiter nach links. Was ist ab jetzt? Machen wir eine Kurve. Okay. Ja, wir machen dann Kurve und dann per Damm weiter. Über diese Mauer. Okay, jetzt erst Kurve. So, jetzt erst. Ist der Unfall eigentlich. Braust du? Weiß auch manchmal nicht, ob es... Aber jetzt hier einen Damm bauen. Oh, kann man da oben mal auf eine Ebene hin? Okay, mal kurz gucken. Okay. Da könnten wir jetzt mit dem Damm weiter. Was ist denn da runter? Die Kurve, was ich jetzt da vorne gezimmert habe. Wie sieht das normal aus? Ja, gut. Was für eine Konstruktion, ey. Aber es ist nicht mehr so weit. Also... Da hinten fahren wir dann da so runter. Er bekommt dann irgendwo genau mittig raus. Hätte ich jetzt mal gesagt. Und das Schlimmste ist... Wir müssen danach noch die Schienen hier verlegen. Ah, Mann. Und aufräumen. So. Aber ich würde sagen... ... 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 Jetzt muss ich dann nur noch irgendwie wieder raufkommen. Also nicht zwischen... ... 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 Einst echt. Mit Wasser und Ding komme ich da nicht drüber. Ich meine, ab der Hälfte geht es dann eh nur bergab. Komme ich hier rauf? Yes. Dankeschön. Ah, meinst du schon zweieinhalb Stunden auf dem Stream hier? So. Ich habe keine Angst. Noll. Ah, scheiß Fliege hier. Will zweimal nach unten. Ich. Wird schon passen. Ich hüpf gleich schon mal runter. Warte. Nice. Jetzt sind wir mal hier auf dem Tattoo hier. So, ab da können wir eigentlich mit Meister Stein weitermachen. Nur kurz. Oh. Das wird die nächste Brückensektion da so rüber. Details. Ja, andererseits. Können wir jetzt hier weiterfahren. Ich denke, es macht vielleicht Sinn bis hier hin. Einfach nur, dass wir die Höhe verlieren. Bis hier hin oder noch weiter. Ich glaube, hier gucken. Oh, ich sehe es schon. Also, wenn wir vielleicht ungefähr ja, so bis da und da mit so einer Brücke da so eine Kurve rüber machen. Ich glaube, so ungefähr werden wir es machen. Aber konstant nach unten. Irgendwie so, ja. Okay. Hier wird es es auch nochmal anbieten. Und Stopp. Okay. Jetzt machen wir hier mit Meister Stein weiter. Bitte konstant nach unten. Don't you? Bist du gelockt? Nein. Aber jetzt. Und dann hier die Megabrücke drüber. Äh, bei Holz kann man nicht drunter oder kann man nicht drunter durchfahren. Mit Stahl rüber kann man drunter durchfahren. Warum sollte ich da durchfahren wollen? weil in das Tal da links will ich ja eigentlich gar nicht rein. Außer ich will einen zweiten Weg machen zum Siegewerk durch dieses krasse Tal da hinten. Also nördlich vom Siegewerk. so. Aber ich habe ich mh 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 mh. Ach ja, dann machen wir es halt mit Stahl. Okay. Aber die Strecke baue ich halt nicht nach da hinten. Also mein Ziel heute ist es da unten anzukommen. Mit einem Zug. Wobei, erst mal da unten ankommen. Mit dem Zug schauen wir mal weiter. Okay. Ich mache mal ganz kurz die Pause. Ich trinke mal kurz was und mal kurz Wasser ins Gesicht spritzen. Dann bin ich gleich wieder da. Es gibt für euch jetzt mal nochmal ein bisschen Trainspotting. Drückt mal P. Level 3. Also viel Geld haben wir nicht. Gott sei Dank kostet uns der ganze Spaß hier nichts. Also ich mache eine ganz kleine Pause und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, dann heißt es weiter bauen. Ich bin mir jetzt dann echt einmal überlegen ob wir dann nicht andere Musik reinmachen. Dürft es aber eh entscheiden. So Stahlbrügge bei dem Video ja so bitte mit zwei ungefähr so Stream ist spannender. Cool. Danke. Irgendwann wendet mal oder nutzt du das aus damit du das dann so nachbauen kannst damit du weißt wie du runterkommst. so Loki ist drin. Das ist so beschissen dass ich dann jetzt sehe wie es weitergeht. Ich mache das nochmal kurz von oben. Oder auch nicht. Das muss doch irgendwie gehen. Komm jetzt. ich will doch nur eine Vorschau haben. So dann gehen wir da mal mit elf rein. machen wir es einfach mal. Was? Nein kann ich eh nicht als nachbauen da ich aktuell noch weiter oben bin. Ah okay. So mein Bauchgefühl sagt mir das geht sich nicht aus. Oder doch? Oh nee oder? nee okay elf ist doof zwölf machen aber nicht mal alles neu irgendwie ab da mit zwölf shit ist das Ding hoch. Man kann da durchfahren nicht hier durchfahren so den würde ich nicht beim probieren fünf oder mal abreißen. So an der Stelle Aussicht hinten besser noch reingehen. Das könnte man auch noch richtig schön machen. Erst mal das hier. So nee nee nicht hier wollen das da halbwegs mittig bitte scheiße jetzt da den ich werde den Radius hinkriegen auch bitte nicht so weit okay sagen wir hier mal 13 sind challenge fürs nächste mal durch das zahl eine Strecke bauen oh man wo ist jetzt habe ich den lockt nicht drin oder jetzt ist er draußen jetzt ist er drin es sieht schon besser aus ähm jetzt machen wir hier mal wieder gerade nicht unglücklich ähm Prozent Prozent und wieder gerade da blitschen wir jetzt vielleicht bleiben wir da mal ein Stück eben boah auf der Strecke würde ich keinen Unfall haben echt nicht äh nein halt Stahlbrücke nur für so einen Moment gerade okay und dann nach links wir sind vielleicht wieder nach unten so und jetzt tauchen wir da auf aber tun den hier touchieren außer wir machen den hier was das in echt für regione verschlingen würde machen jetzt hier eine andere richtung werden mal wieder gerade damit wir da vorn hinkommen jetzt kicken das war wieder so ein Part das kipp ja damit das ist der BR unter den Bad strecken ähm wissen wir noch mal hin hier wieder quarry hier kommt da nix mehr ne vielleicht doch da irgendwie die auf wand bleiben Komm, ich bin da. Jetzt mal kurz gucken. Jetzt mal das mal hier weg. Geh weg. Geh weg, geh weg. Ach, dann halt nicht. Das gefällt mir nicht. Also vor allem das hier nicht. Nee, das sieht irgendwie scheiße aus. Gleich gehen wir doch da entlang. Mit einer Steinmauer. Ja, ich glaube das. Ja, ich glaube das machen wir. Das tun wir alles wieder abreißen hier. Also komplett wahnsinnig will ich jetzt auch nicht bauen. Stellt euch mal vor, man muss für das zahlen. Ihr könnt die ganze Zeit da die Baumstämme da hin und her schiebern. Dann, boah, da wärst du ja ewig dran. Was ist mehr weg? Also es geht mehr nach unten. Ja, ja. Okay, dann würde ich Massage. Hier fahr mit Stein. Ab da. Da am Felsen so entlang. Kommt das hin? Und gehen... ...zwei nach unten. Ob es gelockt? Nee. Schauen wir mal. Gehen wir da mal mit. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 24. Schon, oder? Warum geht... Gehst du so krass nach unten? Doch, weiß nicht. So falsch sieht es jetzt nicht aus, finde ich. Bautol und ich waren echt keine Freunde. Ne, da müssen wir von weiter vorne reingehen. Oh, die Kurven teilweise. Geh mal weg da. Ach, nee. Na, scheiße, jetzt hab ich... Das ist nicht passiert. Das ist ein Baum. Der geht mal auf den Sack. Ähm, hm, 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 so. So, komm, mach die Kurve da. Jetzt. Das ist doch nie im Leben so krass. Ach, ich mach's doch. Ich mach's gleich neu. Bei der Kurvenradio ist sowieso nicht stimmt. So, wieder zwei nach unten. Dankeschön, dankeschön. Dann... Mal da mal mit... ...20 rennen. Okay. Das sieht nicht schlecht aus. Jetzt vorab gucken. Ach, lassen wir erst mal den 20er. Oh, ein bisschen mehr. Ja. 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 Das... ...gehe ich aus. Ja. Okay, das sieht jetzt mal gar nicht so doof aus. Ich muss... ...zeigern hier einmal kurz normal bleiben. Und... ...kurve. Ja. Da würde ich jetzt wieder eine Brücke machen. Stopp da, drüber. Okay. Sieht gar nicht so doof aus. Gut. Der nervt. Der auch. Weg. Da hinten müssen wir hin. Aber es ist nicht mehr so weit. Brücke. Holz. Dankeschön. Ab da so. Mit zwei nach unten. Super. Dumm, dumm, dumm. Wo wir mal hinkommen, wenn wir die gerade ziehen. Dann kommen wir hier rein. Detail ist... Detail ist... Wir fahren mal bis hier hin. Rufe. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis hierhin, okay, schauen wir mal wie das aussieht, ach come on, geh weg, so, diese Bäume, okay, ab hier gerade, dann so eine Kurve rein, jetzt lasse ich mir noch einreden, dass das so geht, okay, Okay, dann hier, Stein weiter, und hier an der Wand entlang, so, die Sepertide dann darunter. Auf sowas wird's enden, ähm, so, Stein. Dann mit, zwei nach unten, danke. Ah, bitte sperren. Auch nicht, zwei nach unten. Machen wir vielleicht hier mal... Ja, die. Ich muss eine ganz kleine Kurve machen. Ich muss auch gleich gerade nach unten gehen. Ähm, du bist gesperrt. Was heißt, wir gehen jetzt mal... Hilf da rüber. Nö, das ist doof. Dann machen wir es noch weiter hinten. Hartmann-Jah Falsches 15 Was wird denn das jetzt? Wir sind fast unten Schaut euch das mal an Nur noch da Nice Du hast eigentlich nur noch Hier runter Eine ganz große Kurve Und dann sind wir unten Ah, ich freue mich So, da war es selbst noch ein bisschen Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß Ein gutes Gelingen vor allem Hat er so seine Tücken hier Das Spiel Aber vielen Dank fürs Zuschauen So Ich glaube wir könnten jetzt mit einer riesen Kurve Einfach nach unten fahren Ich glaube das mache ich Wir machen jetzt da So eine Holzbrücke Und fahren nach unten Also komplett nach unten Das heißt Kurzes Stück gerade Mit zwei nach unten Und Machen wir jetzt hier mal so ein 15er Radius Komm ich jetzt da oben irgendwo an Nö Yes Endlich Finally Dann können wir kurz gucken So Ihr habt es auch jetzt wieder ein Hügel Fast, 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 fast Nice Wir sind da unten Endlich Alter Entschuldigung Nice 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 Wir sind unten Okay Wo ist jetzt die Hütte Selber Ähm Ich kann mich gerade nicht orientieren Also Ich weiß gerade nicht Ich hätte jetzt mal gesagt Irgendwo in die Richtung da Wir werden jetzt mit dem Gleisbett Weitermachen Bis wir da hinten sind Ja Waren da Wir werden Mal kurz ein Prozent nach oben gehen Komm So Dann wird man hier Ja So perfekt Zeigung 0 Und jetzt machen wir hier mal 15 So So eine Kurve hier Ich glaube da hinten ist es Mal kurz gerade Ich glaube wir sind auf dem richtigen Weg Oh das sieht sehr gut aus Nice Wir sind da Okay Und dann fahren wir hier rein Alla Scholli Wir haben es geschafft Wir sind da Müssen wir das hier noch ein bisschen schöner machen Und dann da Also wir müssen halt auf der Seite rein Das heißt Ich werde das dann von hier ausbauen Aber jetzt habe ich ungefähr eine Referenz wo ich hin muss Alla Scholli Drei Stunden Aber Das krasse ist jetzt Ich muss jetzt aber die ganzen Schienen verlegen Und Wie der Nico schon meinte Irgendwo einen Zwischenstopp einbauen Weil das ist jetzt eine echt lange Strecke geworden Alla Scholli Also von da Hinten Da so rüber Und Bam Alla Scholli Alla Scholli Alla Scholli Alla Scholli Ja Aber das mache ich nicht mehr heute Das Ne Auf ihr gefallen Ich werde morgen noch misstream Vermutlich am Vormittag So 10 11 Uhr rum Und Dann Wenn wir Schienen verlegen Vorbei Ich glaube vielleicht machen wir zuerst den Zwischenstopp Und Dann die Schienen Und dann Das nächste Goal wäre Hier mit dem Zug anzukommen Hm Aber Weil er meint Wegen die Bretter hier Schienen Kann ich hier aufladen Roheisen Ja aber wo bist denn du Willst denn du die Bretter und so haben Auf der anderen Seite Hier Oh da macht es ja Sinn wenn ich zuerst mal hier rein fahre Ne du willst Eisenerz haben Wisst aber dass ich dann Hier rein fahre Was haben wir hier Verpolzen Geh weg Scheitholz Hä aber wo kommen denn dann die Bretter hin Ich meine das ist ja toll Dass hier Scheitholz Verstehe ich jetzt gerade nicht Ich meine auf die Karte Wo wird es denn Sinn machen Hä Oh shit Und dann von der Eisenerzmine Zur Schmelzüttel runter Und dann auch von der Kohlenmine Oh no Das wird noch was Das mit dem Holz verstehe ich nicht ganz Ich glaube da werde ich mal noch nachgucken Von wo nach wo hier was genau muss Okay Da wäre es aber zum Beladen Könnte man beladen Oder muss ich da zuerst irgendwas hinbringen Zero Zero Okay also Ich muss erst mal Eisnerzchen Wird noch viel schlimmer Oh man Okay Ja Aber erst mal Morgen weiter Ich mache für heute erst mal Pause Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss